Von Großbritannien nach Deutschland ist sie umgezogen, lange bevor irgendjemand von so etwas wie Brexit sprach. Als ich hierhergezogen bin, hatte ich gar nicht das Gefühl, mein Land zu verlassen. Es war einfach ein anderer Teil der Europäischen Union. Und heute fühlt es sich an, als ob man sich entscheiden muss. Ich meine, das hier ist für mich auch mein Zuhause. Heidi Layton bietet private Touren durch die Stadt. Immer auf der Suche nach interessanten Ecken in den Hinterhöfen der Berliner Szene stößt sie auch auf britische Einflüsse. Ihre Frage, gehen oder bleiben? Momentan lege ich dazu, zurückzugehen. Ursprünglich war ich mehr fürs Bleiben. Ich lerne intensiv Deutsch, um mir die Möglichkeit offen zu halten für eine deutsche Staatsbürgerschaft. Aber es ist schwer, etwas zu planen oder vorzubereiten. Diese britische Firma hat sofort entschieden. Bereits einen Monat nach dem Brexit-Referendum entschied sie sich gegen den Ausbau des Londoner Standortes und eröffnete das Büro in Berlin. Der deutsche Geschäftsführer erklärt, warum. Der Zugang zu hochqualifizierten Leuten hat massiv gelitten. Viele haben Angst in London oder fühlen sich nicht mehr wohl oder sehen keine Zukunft mehr in dem Land. Und jetzt kriegen wir eigentlich besseres Personal und mehr Personal in Berlin als in London. Viele Briten in Berlin fürchten berufliche Nachteile. Alles hängt am Ergebnis der Ausstiegsverhandlungen. Zwei Jahre Ungewissheit, wer wohl leben darf. Ich unterrichte Englisch für Leute, die eine andere Muttersprache haben. Ich arbeite hier aber ohne festen Vertrag oder Visum, weil ich das bisher nicht brauchte. Ich habe keinen festen Job. Wenn ich nach Großbritannien zurück muss, dann sind da auch keine EU-Einwanderer mehr, die Englisch lernen müssen. Das heißt, auch da sind meine beruflichen Aussichten sehr eingeschränkt. Ich habe auf jeden Fall ein Problem. Sie wollen nicht nur klagen, auch handeln. Sie gründen gerade eine neue Lobbygruppe. Forward Britain will Einfluss nehmen, demonstrieren, für einen weichen Brexit werben. Wir sind alle offen, zuversichtlich und international orientiert. Deshalb nennen wir uns auch Forward Britain. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und wollen nicht zurückfallen und uns isolieren. Auf Protektionismus setzen, wie so viele Leute momentan. Nicht nur in Großbritannien, auch in anderen Ländern. Der Frust der Auslandsbriten? Wer vor mehr als 15 Jahren Großbritannien verließ, durfte nicht mit abstimmen beim Referendum. Wir Auslandsbriten sind sehr frustriert. Viele von uns konnten nicht mit abstimmen über den Brexit. Und bei so einer knappen Entscheidung macht uns das richtig sauer. Trotzdem, der Brexit kommt. Heidi Layton wird sich entscheiden müssen, bleiben oder gehen. Jan Prisz Herr Matthäus Vielen Dank.